... der VGH-Versicherungen. An der 1300-Meter-Marke geht das Feld auf die Reise und an die Spitze setzt sich Artista in den Brümauferfarben mit Mr. Appleby und Sagamore. Dahinter folgt auch an der Innenseite Evangelista. So galoppiert das Feld am Übergang vorbei und gleich auf den Schlussbogen zu. An der Innenseite ist unverändert Artista in vorderster Linie mit Mr. Appleby und ganz an der Außenseite Anatia, drei Pferdenlinien. Dann sieht man Gudei mit Sagamore. Ganz an der Innenseite ist auch Evangelista mit dabei. So geht es in Richtung des Einlaufs. Und Anatia ist vorne. Anatia mit dem Kommando. Ganz an der Außenseite Gudei, der Gast aus Schweden, aber Artista weiter mit dem Kommando. Jetzt sind die Pferde im Einlauf noch 450 Meter. Artista mit Anatia. Artista Anatia. Dahinter ist an der Außenseite dann auch bemüht, Gudei die Positionen zu verbessern. Gudei wird stärker. Gudei drückt jetzt aufs Tempo. Dann ist auch Waldersee jetzt mit dabei. Waldersee an der Seite von Anatia. Geht nach vorne und springt weg. Und jetzt kann aber noch Jirsan gefährlich werden. Aber Waldersee auf den letzten 100 Metern ist vorne. Waldersee, Waldersee und Waldersee kann Jirsan in Schach halten. Waldersee gewinnt den großen Preis. Dahinter dann Jirsan auf dem zweiten Platz. Drittes Pferd ist dann Anatia vor Gudei und dem Rest. 1.2. Vielen Dank.